Intro So jo, was geht ab jetzt am Start? Und bevor jetzt mein letztes Live-Comtary in Black Ops 2 beginnt auf die Triple Nuklear, will ich auf jeden Fall noch eine kurze Sache loswerden. Und zwar, ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen Abonnenten, der mich in der letzten Zeit abonniert hat, generell meine Videos schaut, bewertet, kommentiert. Ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen von euch. Wir sind jetzt mittlerweile schon fast 50.000 Leute auf dem Channel. Einfach richtig krass. Ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen von euch. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit den Live-Comtary. Das letzte Mal auf die Triple Nuklear 4-Advance-Warfare. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn jeder von euch dieses Video bewerten würde. Es wäre einfach richtig krass von euch. Wenn wir 5.000 Likes schaffen würden für das letzte Video in Black Ops 2. Ich würde mich riesig freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Live-Comtary auf die Triple Nuklear. Also viel Spaß, Jungs. So jo, was geht ab, Black Ops Start? Dann herzlich willkommen, Jungs, zu einem weiteren Black Ops 2 Live-Comtary. Heute ist er unterwegs auf Hijacked in Herrschaft. Heute mit der AN 94 mal wieder und jetzt 10, 9, 8, 7. So, Jungs, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich auf die Triple oder auf eine Gunstreet gehe. Kommt halt darauf an, wie das Spiel so verläuft. Deswegen lasst euch auf jeden Fall überraschen, wie ich jetzt spiele, worauf ich spiele und sowas. Heute nochmal mit der AN. Warum ich die ganze Zeit die AN spiele? Ich habe die ganze Zeit in der aktiven Zeit von Black Ops 2 immer SKH und andere Waffen euch gezeigt und sowas. Und wirklich eigentlich so gut wie gar nicht die AN und sowas. Und ich hatte echt Bock auf die Waffe. Und deswegen spiele ich die auch irgendwie gerade die ganze Zeit. Keine Ahnung. Macht auf jeden Fall mir richtig Bock mit der. Alter, es läuft gar nicht gut. Äh, gar nicht gut, genau. Läuft richtig gut. Haben schon ziemlich viele Kids rausgeholt. Alter, der hätte mich fast. Okay, so, wir laufen jetzt mal. Wir laufen jetzt mal zu denen in den Spawn ein bisschen. Okay. Da kommt einer. Oben ist, glaube ich, auch noch einer. Ja. Okay, Orbit. Oh shit. Alter. Ich zerreiße die Gegner aber gerade ganz ordentlich. Muss ich ja echt mal gestehen. Der ist oben. Nice. Die sind beide unten. Oh shit. Ist der auch unten oder oben? Ne, der ist hier. Okay. Gut. Alter, die Lobby läuft gerade. Aber wir sind gerade ganz ordentlich am Zerstören, muss man ehrlich sagen. Okay, ein vor Orbit wieder. Der Orbit ist hier. Zack. Orbit. Nice, Mann. Jungs, es läuft unnormal. Was ist hier los, bitte? Alter, ich wäre fast gestorben. Ich wäre fast draufgegangen, Jungs. Ich wäre fast draufgegangen. Heilige Kacke. Was macht der da? Okay. Alter, Jungs, es läuft ja richtig gut. Nice. Komm, komm. Nein, da hängt noch einer. Hinter mir. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Der kommt hoch. Oh, scheiße. Orbit. Nice. Jungs, wie es läuft, ich kann es gar nicht glauben, ey. So, der war da. Kommt hier hoch. Weg mit dir. Oh scheiße. Oh scheiße. Weg mit dir. Nuklear. Ich mache noch die, den Orbit klar eben. Es könnte auf jeden Fall wichtig sein. Noch den Orbit zu machen. Ah, scheiße. Egal, Jungs. Zwei Minuten Zeit für die Double. Oh komm, ich muss mich echt richtig anstrengen. Oh, da sind noch welche. Alter, das Spawn. Fuck, Gefäge Aimed. Fuck, ey. Egal, macht nichts. Komm, ich brauche endlich den Orbit wieder. Komm, anstrengen, anstrengen, Jungs. Na, der ist da rausgesprungen. Hatte ich aber ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Orbit. Oh fuck, ey. Oh fuck. Ey, wie viel Glück ich gerade habe, ist ja nicht mehr normal. Nein, stirb doch. Oh scheiße. Alter. Jungs, seht ihr das gerade? Oh nein. Jawohl. Kurz vor Orbit wieder. Oh, ich brauche den am besten noch eigentlich. Jawohl. Ein vor Orbit. Jawohl, Orbit. Nicht noch sterben jetzt. Nicht noch sterben. Ich darf jetzt nicht noch sterben. Oh nein. Nein. Okay. Unnachgiebig. Nice, Jungs. Unnachgiebig schon wieder. 51.1. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, kommt schon. Pusht mich. Pusht mich, Jungs. Komm, ich mach die Triple jetzt. Ich mach die Triple jetzt. Kommt schon. Kommt, Jungs, Alter. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder unnachgiebig. Es müssen Gegner reinkommen. Am besten Noobs. Am besten jetzt Splitscreen Noobs. Richtige Noobs am besten. Kommt, Jungs. Es müssen welche reinkommen. Es müssen welche reinkommen. Start, Dreieck und let's go. Zehn Kills noch bis zu Double Nuclear und dann richtig gechillt spielen. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, Jungs. Orbit raus. Okay. Jetzt kommt einer rein. Let's go, Alter. Let's go, Mann. Zack, den wegholen. Oh, ich werd's... Ich... Ich wär fast gestorben, Alter. Oben hängt einer. Nein. Boah. Hat der mir Angst gemacht, ey. Okay. Ich muss ein paar mehr Kills machen jetzt. Oh, da haben wir ein paar. Nice. Oh, shit. Orbit wieder. Orbit raus. Weg. Nuklear, nuklear. Ich mach noch den Orbit, Jungs. Ich mach noch den Orbit. Verliere ich zwar ein bisschen Zeit, aber... Fuck. Ich hätt die... Ich hätt nicht... Drei Minuten 40 zur Triple. Ich brauch jetzt den Orbit, Jungs. Ich muss mir noch ein Orbit klar machen. Das ist ganz wichtig jetzt. Das ist ganz wichtig. Das ist die letzte Chance, in Black Ops 2 nochmal auf die Triple Nuklear zu gehen. Und ich... Komm, Jungs, komm. Drei Minuten. Kommt schon, kommt schon. Ich darf jetzt echt nicht aufgeben. Ich muss nochmal ein Orbit klar machen. Ganz gechillt. Drei Minuten noch Zeit. Ich brauch einfach nur den Orbit. Ich hau jetzt EMP raus. Damit das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Orbit, Teammate. Orbit, Teammate. Ich liebe dich, Junge. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Junge. Okay. Okay, Jungs. Ich kann... Ich kann schon nicht mehr aimen. Oh. Boah. Zum Glück bin ich dann nochmal gejumpshottet, ey. Nein. Ich brauch Orbit. Ich brauch Orbit. Zwei Minuten dreißig. Fuck, Alter. Ich muss es spannend machen. Einfach nur noch Spannung reinbringen, Jungs. Einfach nur noch Spannung reinbringen. Das reicht mir schon. Jawohl. Wir dürfen nicht die ganze Zeit Triple cappen. Das ist ein sehr großer Fehler. Habe ich den? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich weiß nicht, wohin mit mir. Die Teammates... Die Geg... Ja, ich bin down, Mann. Scheiße. Fuck, ich habe ihn nicht gesehen, Mann. Scheiße, Jungs. Oh. Warum... Oh, das hat so gut angefangen. Warum haben die Teammates... Äh, die Gegner nicht... Welche... Äh, Flaggen eingenommen. Wir hatten die ganze Zeit einen Triple cap. Wir hatten die ganze Zeit einen scheiß Triple cap, Jungs. Oh. Boah. Boah, jetzt sweaten die aber ganz schön drauf, ey. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich kann es nicht mehr schaffen. Die Triple Chance war am Start, Jungs. Die Triple Chance war 100% am Start. Fuck, Alter. Ich habe es selbst verbockt. Ich habe es verbockt. Egal, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Letztes Video jetzt auf jeden Fall vor Advanced Warfare. Ich hoffe, euch hat dieses Video nochmal gefallen. Ich hoffe, es ist wirklich kurz vor der Triple. Kann mir jetzt zwar nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hätte die Triple nochmal machen können. Hätte ich jetzt nicht so dumm gespielt. Hätte ich sie auf jeden Fall nochmal geschafft. Ich würde mich wieder riesig für eine Bewertung freuen. Vielleicht schaffen wir nochmal die 5000 Likes vor Advanced Warfare. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Ich verdanke Black Ops 2 wirklich sehr, sehr viel, Jungs. Ohne Spaß. In Black Ops 2 ist fast 50.000 Abonnenten erreicht. Einfach nur unnormal heftig. Hätte ich mir wirklich niemals träumen lassen, dass ich irgendwann wirklich mal so viele Abonnenten haben werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke nochmal wirklich an Black Ops 2. An euch alle wirklich ohne Spaß. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine richtig geile Zeit in Advanced Warfare. Dass es da nochmal richtig geil wird, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, Jungs. Ich hätte die Triple nochmal machen können. Ich fasse es einfach nicht. Ich hätte sie nochmal machen können, hätte ich nicht so dumm gespielt am Ende. Ich war einfach viel zu nervös, Jungs. Ich war einfach viel zu nervös. Wie gesagt, Jungs, ich würde mich wirklich riesig freuen. Schaffen wir vielleicht die 5000 Likes, Jungs, für Black Ops 2. Ich würde mich wieder riesig freuen, wie gesagt. Lass auf jeden Fall ein nettes Kommentar da. Letztes Mal jetzt auf die Triple Nuklear. Vielleicht werde ich in Advanced Warfare auch ab und zu noch Black Ops 2 bringen. Auf Triple Nuklear, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es machen. Wie gesagt, danke an Black Ops 2. Danke an euch alle da draußen. Ich würde mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Alter. Jungs, ich freue mich echt auf Advanced Warfare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schreibt ein nettes Kommentar. Und das war es von mir aus. Da habt noch einen schönen Tag. Und haut rein.